Der Cyberpunk-Subreddit macht jetzt nur noch Porn. Das passiert, wenn man dem Internet was verbieten möchte. Nach den API-Änderungen, die Reddit im Mai vorgenommen hat, haben einige Subreddits auf NotSafeForWork umgestellt, um die Änderungen zu umgehen und zu tun, was sie wollen. Eine Änderung war das Verbot von Third-Party-Apps, die auf Reddit zugreifen, was Scrollen durch Kommentare fast unmöglich machte. Die Mods der Cyberpunk-Subreddits haben nun auch auf NotSafeForWork geswitcht, mit der Begründung, ja, das Spiel ist halt ab 18 und beinhaltet Nacktheit und Gore. Reddit hat den Mods nun gesagt, dass sie das wieder rückgängig machen sollen, weil sie damit gegen Reddits Regeln verstoßen. Ei, sag den Leuten im Internet, dass sie was nicht machen sollen und schau mal, was passiert. Die User überschwemmen nun den Subreddit mit Nacktbildern ihrer Charakter oder der Serie Edge Runners, um Reddit mal so richtig heimzuzahlen, ne? Es macht einfach Spaß zuzuschauen, weil ich meine, Reddit, was denkst du dir dabei, dem Internet zu sagen, sie dürfen keine Nacktbilder mehr posten. Also da hast du dir jetzt ins eigene Fleisch geschnitten.